Hallo und herzlich willkommen zu den Gasko eingeschaltet Gasko, ein neues Video von mir. Gerochen Kicke gelegen, Fortnite Rekke die Welt, Akvenkalenga. Ja, ab nächsten Monat geht es los mit dem Fortnite Rekke die Welt, Akvenkalenga. Ab nächsten Monat geht es los. Wir machen natürlich den ambikanischen Akvenkalenga, also 25 Tage. Und 25 Tage gibt es gern was Kugel gewinnen. Ja, 25 Tage gibt es gern was Kugel gewinnen. Jeden Tag kann einer gewinnen. Es wird nur ablaufen, wir machen gern immer die Kühe auf. Also in Rekke die Welt, ich baue gern gern Hauch in Rekke die Welt, also in Kirchen. Und da packe ich gern immer was rein und dann mache ich die Kühe auf. Und dann gucken wir mal rein, was da Gunde liegt. Und dann wollt ich euch natürlich die Keiner-Begingungen noch gern. Also ihr müsst eigentlich nur ein Comic-Kar immer geben, das sind die Keiner-Begingungen. Ihr müsst in Comic-Kar gelachen und geben, warum ihr gewinnen wollt. Und der Gewinner-Walk dann immer go ab, go ab, 19 Uhr, 20 Uhr gebe ich den Gewinner-Gang immer bekannt. Ab nächsten Monat geht es los, nicht vergessen, ab nächsten Monat. Ja, und der Fortnite-Hacki-Walk-Akvent-Kalender geht für Biergack 25 Tage. Und 25 Tage könnt ihr was gewinnen. Jeden Tag kann nur einer gewinnen. Das geht fest, jeden Tag kann nur einer gewinnen. Wer jetzt nicht genau weiß, wie es go abläuft und alles, guckt euch das Video von letztes Jahr an. Habe ich hier unten in der Videobegreifung verlinkt. Und auch in Comic-Kar habe ich da auch nochmal verlinkt. Falls ihr es nicht genau wisst, wie läuft das denn ab und alles, dann guckt euch das Video von letztes Jahr an. Dann wisst ihr auch, wie das abläuft. Und deshalb das Vorkommen mega hilfreich, wenn ihr euch das anguckt. Dann wisst ihr, wie das abläuft. Und deshalb guckt euch das Video in der Videobegreifung an und in Comic-Kar. In Comic-Kar habe ich das Video eingepackt, das Video und in der Videobegreifung. So, dass ihr bereit wirst. So, es wird so ablaufen, wie ihr sagt. Ich wollte gerne gerne Kiske, gerne Bork oder so bauen. Ich nenne es mal Kiske oder Bork. Gange Bork da bauen und da wollte ich was reinpacken. Dann machen wir mal die Tür auf. Im Video natürlich. Machen wir mal die Tür auf und gucken rein, was Gunde ist. Und dann könnt ihr in Comic-Kar gelachen und sagen, warum ihr gewinnen wollt. Und den Gewinner gebe ich gerne um 20 Uhr oder um 19 Uhr bekannt. So läuft das jetzt ab. Ab nächsten Monat, liebe Freunde, geht es los. Da könnt ihr ein Gopik-Element-Waffen gewinnen. Oder Makigarien oder Kohle oder Akkive oder Songen. Alles gut, liebe Leute, kann gern gewinnen. Oder noch Kornow und Kowalka und gefordert, liebe Freunde. Ich will jetzt nicht alles aufzählen, aber wie gesagt, man kann jedes Mal was gewinnen. Und die Leute können auch Gopik natürlich gewinnen, aber das Gegend auch kommt fest. Falls ihr jetzt die Türschen Nummer 1 gewonnen habt, kann passieren, dass ihr vielleicht nochmal Türschen Nummer 5 oder Ruhe bringt. Kann passieren, muss aber nicht. Kommt immer drauf an, wie viele Leute keine nehmen beim Vorten der Reckige Welt. Ich hoffe mal, ihr folgt euch da drüber. Bei gern bekommt ihr wieder hammergeile Dachen in der Reckige Welt. Und da könnt ich kochen noch, liebe Freunde. Und ja, der Schreib. Ich hoffe, ihr folgt euch da drüber. Da ich das wieder mache dieses Jahr. Ich hoffe, ihr folgt euch da drüber. Und der Adventkalender geht wieder 25 Tage. Und der Gewinner wurde immer Abend um 19 Uhr oder um 20 Uhr bekannt gegeben. Ab nächsten Monat geht es los.